die kunden jetzt sagte mir speck wer speckle das war es mit dem maxim links sich rechts wenn man weiß ich weiß was man am anfang beteiligt und das ist dann okay wieder an der mitte geht der mitte ist der Mann hat jetzt stärkeren und alle alle anstieg oder halt nicht maxim maxim spams spams ich hab die blöcke so dass ich nicht hotgehen kann äh achte nico du musst gespams von zwei Seiten ja bitte bitte jo was geht's ah nicht klar ja ihr müsst mir unbedingt sagen wenn hardy kommt ja hardy hat Speed oder ja hat er äh wer guckt auf wen ich guck auf hardy ok oder will wer anders auf hardy gucken Jungs die sind halt gleich komplett in der Mitte ne ihr müsst halt bisschen so kann man nicht gleich den Weg fahren ich wollte ein bisschen hier vertrieben von meiner Position ah mark du mal bitte ja ne wie geht es auch in der Mitte ja ne wie geht es auch in der Mitte jetzt geht der wieder zurück sind zu dritten in der Mitte ja ja er hat sich alleine am Rand abgeschlagen er hat sich er hat sich in der Mitte schießt schießt ah ja genau gleich in der Mitte genau gleich ne gegen die ne gegen die ne gegen die ne gegen die nico Wollte auch deine Stärke ich hab keine Stärke also als ob musst du irgendwie auch langsam in die Mitte kommen nico ja ich probier's auch schieß eine wir können nicht schieß wir werden alle weggepreden können wir es geht nicht doch von hinten kommen wir es geht nicht eh 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 ja gute EP ich hab auch noch ne EP ne ja die sind auch relativ low glaub ich gib dir die auf maxim keine FEELs gehen lassen ich hab jetzt gejabbt schon ich hab jetzt gejabbt schon ich hab auch langsam echt Support hier alter ich hab richtig Trouble oh Gott ich bin down du kannst auch vorne gehen du kannst auch vorne gehen den zu dritt an einer Stelle ne ne sie bauen auch du kannst das jetzt machen wir finden wir kommen nicht rein hallo 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 ja nice jawoll absolut klasse immer mit der EP nice ich will mich alle mal direkt ausrasten ich will mich nicht anschreiben ja richtig junger Maxime die EP war gut wir werden kurz essen alles gleich die hab ich ja gar nicht gemacht am Anfang das 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 Vielen Dank.